Willkommen zur nächsten Folge von Mass Effect Ich schaffe es einem verdammt über einen langen Rumpf anzukommen Knapp Knapp Falsch 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 Puh Die Ecke hat mich aber hart blockiert jetzt Die aller Bodyblock hier Das Ding schon lange dauert Ich glaube wir müssen den kompletten Turm hoch Hey, ich glaube, er ist hier rein. Dann geh rein und schnapp ihn dir. Geh du doch. Beweg deinen Arsch da rein. Nessana bezahlt dich nicht fürs Rumstehen. Na gut, aber ich... Los geht's. Schattest du schadere Unterstützung an? Ach, ach, ach. Jetzt gut dazu gepasst, was er gerade gesagt hat. Hey. Jetzt machen wir euch fertig. Wir treffen mich, Shepard. Ja, dann hoffe ich nicht, wenn es bis hier rein ist. Das hätten wir auch stehen sehen. Ah, das ist nicht schön. Hm, 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 hm. Das war's für heute. Es ist ein Foto von der Abwarten Sie haben Entschuldigung Und Sie haben haben Sie haben Sie haben haben Sie haben Sie haben Sie haben haben Sie haben Sie haben oder auch nicht der Gegner ist ja so, komm Miranda stirbt die ganze Zeit Ich weiß nicht, ob er sich von hinten kommt Puh Oh, das ist gerade wenig Ja, ganz im Nächsten Ja, das ist einfach Ja, das ist einfach Das war's für heute. Meine Güte, wie viele Gegner hier sind. Oh, what's on the other side? Ich glaube, hierfür haben wir jetzt mehr Zeit. Das haben wir uns gleich gekauft, dass wir hier mehr Zeit haben. Das würde ich mir gerne mit einem anderen Ding kaufen. Bitte, töten Sie uns nicht. Wir werden gehen. Wir werden gehen. Hey, sieh mal. Die gehören nicht zur Eclipse. Sie sind doch hier, um uns zu helfen, oder? Ja. Das ist einer der Gründe, warum ich hier bin. Kommen Sie raus. Es ist soweit sicher. Danke. Wir stehen in Ihrer Schuld. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich suche jemanden. Keinen Söldner. Er ist allein unterwegs. Naja, der Typ, der uns hier eingeschlossen hat. Als er uns gefunden hat, dachte ich schon, jetzt sind wir tot. Aber er hat nur die Tür zugemacht und uns eingesperrt. Er könnte es sein. Aber nach einem Attentäter hört sich das eigentlich nicht an. Attentäter? Wegen Nasana möchte ich wetten. Die hat es schon lange verdient. Wenn man Leute so behandelt, rächt sich das irgendwann und du wirst in den Arsch gebissen. Sie sollten gehen. Ich würde nicht hierbleiben. Auf den unteren Etagen ist es sicherer. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Los, wir gehen! Danke. Und sagen Sie Ihrem Attentäter, er soll auf den Kopf zielen. Ein Herz hat sie nämlich nicht. Beweg dich! Kredits! Kredits! Dann laufen wir immer kurz die noch nach hinten und wir alles halt erkunden. Was ist denn da? Da ist das hier mit einem... Ah! Ein Scharschützengewehr. Das ist irgendwie die Kacke, wofür man nie Zeit hat. Und mehr Kredits! Bis wir das Geld wieder reinkriegen, was wir halt ausgegeben haben für unsere Rüstung, die wir dann ausrüsten können. Freue mich schon drauf. Ich habe so das Gefühl, dass der Aufzug nicht leer nach unten fährt. Wir sollten hinter... Irgendwas Deckung suchen. Mezzanine, genießen Sie Ihren Aufenthalt. Okay. Aber sicher! Kampf ohne! Kampf ohne! Buche! Du kommst! Feiert er sich! Einer von meinem... Vollkrecht! Dann! Ja. Aus die, ihr Zeichelder! Ich hab keine Schäde! Da! Nicht alles aufhalten! Schneller! Das macht mir sehr gut! Ja, direkt auf den Arsch! Was war du? Genau, weckere Wimster, ey. Ich habe nichts mehr von den Teams 4 und 5 gehört. Keine Sorge, mein Team ist immer einsatzbereit. Ich weiß nicht, wo er ist. Noch nicht. Nur keine Sorge. Wir brauchen hier keine Verstärkung. Ich werde damit schon fertig. Alles unter Kontrolle. Ich gehe jetzt selber runter. Umdrehen. Ganz langsam. Verdammt! Bauherrnwörden. Sagen Sie mir, wo der Attentäter ist, dann lasse ich Sie vielleicht am Leben. Wenn ich das wüsste, würde ich nicht meine Zeit damit verplempern, hier mit Ihnen zu plaudern. Sie gehören nicht zu Nasanas Söldnern. Wer sind Sie? Ich habe ein Angebot für Sie. Wenn Sie meine Fragen beantworten, lasse ich Sie gehen. Hören Sie, selbst wenn ich wüsste, wo er ist, würde ich es Ihnen nicht sagen. Ich hatte auf eine andere Antwort gehofft. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Erschießen Sie mich ruhig, meine... Halt die Fresse. Wie wäre es mit Auf Wiedersehen? Guck mal, ich war auch verletzlich, weil ich ihn getötet habe, wahrscheinlich. Er ist praktisch überall. Wie meinen Sie das? Wir haben von mehreren Etagen Berichte über ihn. Wir glauben, wir... Ich bleibe nur noch ganz hier hinten. Naja. Okay, jetzt muss ich noch eine Rer mit der Waffe. Auf den Boden, so farb. Easy. Ha, was wollt ihr noch machen? Hier sind wahrscheinlich die nächsten Handwerker eingesperrt. Easy. Warum kann nicht jedes Rätsel so leicht sein in so einem Videospiel? Einfach ein Muster bedanter. Sind hier drinnen alle in Ordnung? Zurück. Zurück, oder ich schieße. Waffe runter, Sie Kröte. Ich will Sie nicht verletzen. Mich verletzen? Ich habe kaum was gespürt. Telon! Ganz langsam. Er ist mein Bruder. Ich will nur sehen, ob er in Ordnung ist. Sind Sie die Leute, die den Söldner erschossen haben? Den nicht. Ich habe heute schon viele Söldner erschossen, aber der geht nicht auf meine Kappe. Aber wer war es dann? Sagen Sie es mir, was ist passiert? Der Söldner hat uns gefunden und gebrüllt. Wir sollen uns bewegen. Wir gerieten in Panik und dann hat er noch mehr geschrien. Ich dachte schon, er würde uns umbringen und dann ist sein Kopf einfach explodiert. Telon hat die Waffe des Söldners an sich genommen, aber zum Gehen hatten wir zu viel Angst. Dann sind Sie aufgetaucht. Das war ein enorm präziser Schuss. Hier oben sind immer noch Söldner. Sie sollten in die unteren Etagen gehen. Dazu müssen Sie mich nicht lange überreden. Telon, komm schon, steh auf. Können wir jetzt nach Hause gehen? Ja, wir verschwinden von hier. Danke. Geil Problem. Ich hau gerne jemanden in die Fresse. Hm, wir müssen hacken wieder. Nein, ich wollte es da oben haben. Jetzt müssen wir wieder warten. Den wären es gewesen, kommen wir nicht mehr ran. Dann wäre ich wieder ein Rüstungsteil, oder? Kredits. Wo sind denn alle hin? Wurde aber auch Zeit. Was ist da unten los? Ich fürchte, Ihre Männer können im Moment nicht antworten, Asana. Verdammt! Ich werde dich wieder sehen. Ich werde dich wieder sehen. Nicht schießen, Shepard! Ich werde dich wieder sehen. Ich werde mich noch. Ich werde dich wieder sehen. Aber ich werde dich noch nicht antworten. Das so ist es wichtig. Ich habe nicht Kontakt, ich habe nicht Kontakt, ich habe nicht Kontakt, ich brauche uns, das ist zu viel, hat sich gekauft. Bruder. Was, was ein Hin und Her wieder. Oh, auf dem Schrank. Das fühle mich an, als würde jetzt gleich der Boss kommen. Nein, ich bin schon auf der Stütze. Aua. Ich hätte mir auch, wenn mir irgendwie das eins gespringt. Der Big Boss ist schon wieder hier. Man, ich habe kein Ebenes in der Falle. Jetzt muss ich noch ein Shotgun da ran. Das könnte nützlich sein. Das könnte nützlich sein. Wenn ich jetzt auftauchen würde, hätte ich kein Problem. Die Kacke taucht immer zu spät auf. Ich habe schon angefangen Geld zu verlieren. Oh Mann. Gut. Ich nehme an, wir müssen uns dann noch durchbatteln. Aber somit auf Wiedersehen. Und somit auf Wiedersehen.